Wie werde ich Kamerafrau bzw. wie wirst du Kamerafrau? Welche Fähigkeiten und Voraussetzungen solltest du mitbringen, um in diesem Berufsbild zu arbeiten und als DOP, als Director of Photography, in der Branche dein Geld zu verdienen? Heute geht es explizit nur um die weibliche Form der Kameraleute und darum, was du beachten und bedenken musst, wenn du auch den Traum hast, professionelle Videos zu filmen, Filme zu drehen, Geschichten zu erzählen, eine Ausbildung beim Fernsehen zu beginnen oder Cinematografie zu studieren. Ich habe mit einer der ersten Kamerafrauen Deutschlands über ihre Karriere, ihren Beruf und ihre Erfahrungen mit den Auftraggebern in den letzten 40 Jahren gesprochen. Wie sie sich gegenüber ihren männlichen Kollegen durchgesetzt und ihren Traum gelebt hat, das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bargespräche in Gespräch mit heute aus der Schmitzkatze in Tübingen und heute bei mir, es freut mich sehr, dass du Zeit hast, Ulla aus Stuttgart, Kamerafrau der ersten Stunde und freie Dozentin in welchen Hochschulen? In Düsseldorf an der Robert-Schumann-Hochschule, Institut für Musik und Medien und in Reutlingen an der FH. Für Medien- und Kommunikationsinformatik heißt der Studiengang. Und jedes Mal bin ich zuständig für Bildgestaltung bzw. Kameraführung und Lichtgestaltung. Kamerafrau der ersten Stunde. Du bist eine der ersten Kamerafrauen, darf man das so sagen? Ja, nicht ganz, nicht ganz. Es gab, als ich angefangen habe, gab es sieben Kamerafrauen. In Deutschland. In Deutschland, genau. Und ich habe ja auf dem praktischen Weg bin ich eingestiegen, weil ich vorher Geschichte, Politik und Englisch auf Lehramt studiert hatte und aber dann doch nicht Lehrerin sein wollte und plötzlich Kamerafrau werden wollte. Und habe mir dann eine Praktikumsstelle gesucht. Bei einer Kamerafrau wollte ich unter anderem auch mit arbeiten, aber dann habe ich festgestellt, es gibt nur sieben Kamerafrauen. Also du hattest gar nicht so viel Auswahl. Ich hatte nicht so viel Auswahl. Was war denn das auslösende Erlebnis damals, zu sagen, boah, ich schmeiße das andere hin und werde Kamerafrau. Wie kam es dazu? Ja, ganz komisch. Das war wie so ein Lichtstrahl, der durch mich durchging. Es war eine Veranstaltung in Stuttgart, die hieß Frauen und Film. Es ging über vier Wochen. Es war ja damals sowieso diese Frauenbewegte Zeit. Es waren 80er Jahre. Und das hat man damals natürlich auch im Film irgendwie gespürt. Da gab es dann viele Regisseurinnen, die dann auch einfach auf sich aufmerksam machen wollten. Denn vorher hat man die ja gar nicht so wahrgenommen. Und bei dieser Veranstaltung, da gab es verschiedene Workshops oder Seminare. Und die Veranstalterin selber, die hat mich eines Tages gefragt, also ich bin da immer brav hingegangen, weil es mich interessiert hat. Und die hat mich mal gefragt, warum bist du hier? Und dann habe ich gesagt, ich will Kamerafrau werden. Ist dir das damals klar gewesen, dass das heißt auch, du bist selbstständig? Du bist komplett unternehmerisch tätig werden? Oder weil das war wahrscheinlich gar nicht so der Fokus. Da warst du erstmal künstlerisch unterwegs. Aber war das damals dir klar, dass das heißt, ich muss komplett für mich alleine sorgen? Ich muss schauen, dass ich im Jahr meine Aufträge kriege. Ich muss meine Altersvorsorge planen. Ich muss gucken, dass ich auch auftragsfreie Zeiten überbrücken kann. War dir das damals überhaupt, war das wichtig? Nein, es war überhaupt nicht wichtig für mich. Wie hast du es denn? Ich war blauäugig. Ich war total blauäugig. Und ich habe alle Warnungen in den Wind geschlagen. Es gab Warnungen? Es gab Warnungen. Von wo? Es gab Warnungen von Seiten meiner Eltern, logischerweise, die natürlich sehr besorgt waren, warum ich jetzt nicht in diesen sicheren Hafen des Lehramtes letztendlich reingehe. Und es gab auch Warnungen von einem Kameramann zum Beispiel vom SWR, also der damals noch mit einer Autorin verheiratet war, die ich da auch kennengelernt hatte bei dieser Veranstaltung. Und es gab natürlich auch Warnungen von verschiedenen Freunden, also die auch gesagt haben, jetzt pass mal auf, ich meine, du hättest eigentlich ein sicheres Leben vor dir und möchtest jetzt hier in die Unsicherheit gehen. Okay, du hast es in den Wind geschlagen. Gab es einen Zeitpunkt irgendwie in deinem Leben, wo du dann gesagt hast, oh verdammt, ich muss jetzt doch irgendwie mich diesen Themen stellen? Oder hast du irgendwann gemerkt, so hätte ich es doch lieber anders gemacht. Gab es da einen Moment für dich? Es gab mit Sicherheit mehrere Momente. Also es gab, ich würde mal sagen, bevor ich wieder in die Lehrtätigkeit gegangen bin, die ja dann ein zweites Standbein für mich wurde, also ein sichereres Standbein, gab es wirklich Phasen, wo ich überhaupt kein Geld hatte. Also wo ich keine Aufträge hatte, wo ich schlecht bezahlte Aufträge angenommen habe. Ich habe sehr viel auch mit Künstlern gearbeitet und die Arbeit mit Künstlern ist sehr spannend, aber sie ist finanziell wieder absolut unproduktiv. Also man verdient einfach nichts oder sehr wenig. Und ja, und da habe ich auch ganz andere Jobs zum Beispiel gemacht, um mich über Wasser zu halten. Hast du dir das damals so vorgestellt? Nee, das hatte ich mir, aber ich glaube, ich hatte mir gedacht, oh toll, Bilder machen, toll. Und so, das war für mich wie so eine Möglichkeit, mich zu entfalten. Genau, das war es eigentlich. Ich wollte kreativ arbeiten. Und ich wollte auch Kamera machen, weil ich sehr praktisch auch begabt bin und weil ich das Körperliche an der Kamera arbeite. Also das habe ich auch geliebt. Ja, ich hätte ja auch zum Beispiel Regie machen können. So was mit meiner Ausbildung, mit meinem Studium. Es ist ja schon wichtig, dass man den Job auch liebt, weil man bringt wahnsinnig viel Zeit ins Leben damit. Würdest du es wieder machen? Rückschauend, wahrscheinlich würde ich es wieder machen, denn ich merke jetzt immer, ich bin ja jetzt wirklich am Ende meines Kameralebens irgendwie angelangt. Kannst du das sagen? Ja, natürlich. 40 Jahre, ein Berufsleben hinter dich gebracht? Ja, fast 40 Jahre, ja, kann man schon so sagen. Ich würde es wahrscheinlich wieder machen, aber nicht nur. Ich würde es nicht nur machen, nee. Weil ich schon gemerkt habe, ich hätte noch viel mehr gebraucht, um da auch wirklich so eine Karriere zu machen, dass ich wirklich richtig gut auch Geld verdient hätte. Denn das ist ja nie so eingetreten. Ich habe nicht wirklich richtig gut Geld verdient. Das heißt, Thema Existenzangst ist immer wieder da gewesen. Also die Existenzangst, die war immer wieder da. Und ich gehöre zu denjenigen, die sagen können, ich hatte vorsorgende Eltern, die dann irgendwann mal auch kapiert haben, okay, sie will es machen. Und es tut ihr auch gut, dass sie es macht. Und ja, wenn meine Eltern nicht gewesen wären, dann hätte ich wahrscheinlich finanziell nicht überleben können. Ist das dann nicht für dich auch so ein bisschen die Erkenntnis irgendwann, sodass man sich denkt, ich hätte es auch gerne allein geschafft? Ja, ist es irgendwie schon, natürlich, ja klar. Thema Altersvorsorge ist das, wenn du sagst, du hast nicht die Umsätze fahren können als Unternehmerin, die du hättest gebraucht, da fällt dir dann zwangsläufig alles hinten runter. Und wie sieht es da aus? Ich meine, du hast jetzt das Leben hinter dir, sozusagen das Berufsleben. Und wie sieht es jetzt ganz konkret aus? Weil es gibt ja viele Leute, die auch diesen Job oder diesen Beruf ergreifen wollen. Und dass man sagt, ja, kümmert euch bitte aber im Gesamten auch darum. Darf ich da so offen fragen? Ja, sicher. Also mit meiner Altersvorsorge sieht es nicht so gut aus. Ich kriege eine kleine Rente, würde ich mal sagen. Ja, die ist wirklich minimal. Ärgert dich das? Das ärgert mich natürlich schon, aber ich ärgere mich über mich selbst. Also wenn ich jetzt nicht, ich habe eine Eigentumswohnung, die habe ich auch abbezahlt. Da haben mir meine Eltern, also es war die große Hilfe, die haben mir das Grundkapital gegeben und ich habe das dann so abgezahlt. Also da ist es wirklich total toll, dass ich eine Eigentumswohnung habe. Aber sagen wir mal so, ich hätte natürlich, ich könnte viel besser leben, wenn ich besser vorgesorgt hätte. Auf der anderen Seite, klar, wenn du die Einnahme nicht hast, dann kannst du sie auch nicht zur Seite legen. Jetzt ist aber auch die Situation, ich meine, du bist eine von sieben Kamerafrauen gewesen, da hast du jetzt wenig Konkurrenz gehabt. Aber was war denn eigentlich jetzt für dich rückblickend der Hauptkampf, den du geführt hast damals, an dem du ja letztendlich nicht vorbeigekommen bist? Also der Hauptkampf hatte sicher mit meinem Geschlecht zu tun, weil ich als Frau sehr viel weniger Jobs bekommen habe. Das ging ja schon los mit dem Praktikum. Ich wollte ja beim SWR Praktikum machen und der damalige Chefkameramann hat gesagt, nur über meine Leiche möchte ich eine Frau in meiner Kameraabteilung haben. Von dieser Meinung ist er auch nie runtergegangen. Ja, ich hatte natürlich, ich wurde immer dann angefragt. Irgendwann habe ich tatsächlich für ein SWR frei gearbeitet. Ich war ja immer frei, bis auf eine ganz kurze Zeit, wo ich mal bei einer Firma angestellt war. Ich wurde dann immer für die sogenannten Frauenprojekte angefragt. Da gab es dann die Frauenthemen und da brauchten sie dann eine Kamerafrau. Da wurde ich dafür angefragt. Und ich hatte noch das Glück, dass ich Autorinnen kennengelernt habe, die damals dann auch oder über eine gewisse Strecke hinweg mich immer für die Dokumentarfilmprojekte engagiert haben. Von daher konnte ich dann da schon auch Sachen machen, die ich gerne gemacht habe. Aber trotzdem war es schwer. Es war sehr schwer. Und für mich war vor allem auch klar, dass ich nicht in den Spielfilmbereich wollte. Du wolltest doch nicht. Ich wollte Dokumentarfilm machen. Dokumentarfilm und ich wollte mit Künstlern arbeiten. Und das ist natürlich eine schöne Kombination, um wirklich wenig Geld zu verdienen, würde ich mal so sagen. Dokumentarfilm und mit Künstlern arbeiten heißt... Rückblickend jetzt wirklich noch mal, wenn jetzt jemand ein Junges anfängt, also eine junge Frau, die selbst sagt, ich möchte jetzt unbedingt Kamerafrau werden. Was würdest du der mitgeben als Tipp? Als Tipp würde ich ihr mitgeben, dass sie auf jeden Fall viel Selbstbewusstsein braucht. Dass sie schauen soll, dass sie sich irgendwie absichert, vielleicht sogar guckt, ob sie irgendwie bei einem Sender dann möglichst frühzeitig unterkommen kann. Also fest. Fest. Oder aber was natürlich auch eine Möglichkeit... Ich meine, es gibt jetzt so viele Filmhochschulen. Bei mir gab es ja damals nur zwei Filmhochschulen. Und ich wollte ja auch gar nicht mehr studieren. Ich wollte einfach praktisch arbeiten. Aber wenn jetzt eine junge Frau, die einen guten Abschlussfilm hat, von der Filmhochschule kommt, dann hat sie schon sehr viel bessere Chancen, als ich das damals hatte. Nichtsdestotrotz sehe ich es bei meinen Kolleginnen, bei vielen meiner Kolleginnen, die jetzt nicht in diesem oberen Segment sind, das sind ja nur sehr wenige, dass die sehr hart kämpfen müssen. Das heißt auch, dass unter Umständen der Lebenspartner ein großer Faktor ist, ob dieser Beruf ausgeübt werden kann oder nicht. Genau, genau. Genau das. Oder aber was natürlich auch eine Möglichkeit ist, und die habe ich ja irgendwann mal dann auch ergriffen, ich bin in diese Lehre reingegangen. Und das war ganz gut. Weil es gibt was Sicheres auf der einen Seite. Es gibt was Sicheres. Also diese Hochschulgeschichte, muss ich sagen, vor allem eine Hochschule in Düsseldorf, die haben für mich zum Beispiel Sozialabgaben gezahlt. Und das ist natürlich der Traum. Wie hat sich für dich die ganze Branche in den letzten 40 Jahren verändert? Unabhängig vom Geschlecht haben sich die Arbeitsbedingungen verbessert, verschlechtert. Die Technik ist immer toller, schneller, besser geworden. Was ist denn so dein Gefühl? Wie hast du es wahrgenommen? Ja, die Arbeitsbedingungen haben sich meiner Meinung nach verschlechtert. Da gibt es mehrere Faktoren dafür. Ich meine, sicher, ein Faktor ist sicher, dass es auch viel mehr Menschen jetzt gibt, die in den Beruf rein wollen. Und da wiederum muss man sagen, okay, viele Hochschulen bilden aus. Die Leute sind alle dann auf dem Markt. Und da ist inzwischen schon ein ziemlich harter Konkurrenzkampf ausgebrochen. Das heißt, das lohnt sich gar nicht mehr, heutzutage in diesen Beruf zu gehen, oder? Würdest du sagen, es ist eigentlich kein Zukunftsberuf, um eine Existenz aufzubauen? Das wäre jetzt natürlich sehr negativ. Denn ich weiß ja, dass dieser Beruf natürlich ein sehr kreativer Beruf ist. Dass er einen total begeistern kann. Und ich muss von mir auch sagen, es hat mich immer sehr begeistert. Aber man muss überlegen, ob diese Begeisterung diese finanzielle Geschichte aufwiegen kann. Denn ich meine, davon abgesehen, dass es jetzt auch viel mehr Leute auf dem Markt gibt, sind dadurch natürlich auch die Honorare ziemlich in den Keller gegangen. Verglichen mit dem, was ich damals als Kamerafrau bekommen habe, als ich zum Beispiel meinen ersten Film gedreht habe, meinen ersten Dokumentarfilm. Und da habe ich damals, das waren ja D-Mark-Zeiten, habe ich zwischen 500 und 600 D-Mark Tagesgage bekommen. Und jetzt ist das Maximum, sind vielleicht 300 Euro Tagesgage. Und dann muss man schon kämpfen, wenn man da irgendwie mal 350 möchte. Das heißt also, finanziell gesehen, also ich höre ja immer die Argumentation von vielen Kollegen, auch aus unseren Seminaren. Und wenn es dann darum geht, ja, wie komme ich aus dieser ganzen Teufelsspirale raus? Ja, ich sehe mal, aber ich liebe meinen Job. Was soll ich denn anderes tun? So, jetzt habe ich auf der einen Seite einen Job, den ich liebe. Auf der anderen Seite habe ich die Notwendigkeit, ich muss von diesem Job auch leben können. Also ich muss letztendlich auch mein Leben finanzieren können. Siehst du da irgendwie in Zukunft noch irgendwie Potenzial? Oder ist es für dich zu sagen, was wäre denn jetzt so, was hättest du früher gerne gewusst, was du nicht wusstest, was du heute anders gemacht hättest? Gibt es da irgendwas? Also ich wäre gerne vernünftiger gewesen und hätte gerne in die Zukunft geblickt. Das wollen wir natürlich alle. Das wollen wir alle. Und ja, was soll man sagen, man soll das mal wirklich mehr durchrechnen. Man muss sich mal mit Zahlen befassen. Und das ist ja immer das Problem. Man arbeitet in gewisser Weise künstlerisch. Und Künstler und Geld, das ist irgendwas so wie, ich weiß nicht was, Feuer und Wasser, Feuer und Wasser. Woher kommt das? Ich weiß es nicht, woher. Es ist irgendwie einfach so. Es ist irgendwie der schnöde Mamm und damit möchte ich möglichst nichts zu tun haben. Ich habe wirklich, wenn ich mir überlege, wie viele Leute mir gesagt haben, auf all diesem Weg, dass ich ein bisschen, und sei es nur, dass ich in diese Pensionskasse gehe beim Funk, habe ich ja auch nicht gemacht. Also ich habe wirklich, also ich würde sagen, ich bin absolutes Negativbeispiel, was finanzielle Absicherung anbelangt und auch die Gedanken darüber. Und das würde ich aus der heutigen Sicht wirklich anders machen. Ich würde mir die Zahlen genau angucken und ich würde mir auch wirklich dann einen Plan machen. Ich würde mir überlegen, was kann ich machen. Und wenn es nicht geht finanziell, dann, sorry, dann mache ich das als Hobby, aber gucke, dass ich dann einen Job habe, wo ich regelmäßig einfach Grundkapital habe. Ja, das ist ein gutes Stichwort, ein Hobby, ja, wenn du jetzt ein Hobby machst, dann bist du ja theoretisch finanziell nicht auf dieses Hobby angewiesen. Dann ist ja die Problematik, stell dir vor, du hättest jetzt einen anderen Job, der würde dein Leben finanzieren und du würdest dann als Hobby-Kamerafrau ausüben, diesen Beruf. Dann würdest du, müsstest du ja genauso viel Geld verlangen, wie wenn du es Vollzeit machen würdest. Das würde natürlich voraussetzen, dass du solidarisch gegenüber den Leuten bist, die, sag ich jetzt mal, Vollzeit davon leben müssen. Weil du ja sagst, du machst das als Hobby. Wie sieht es denn mit der Solidarität in der Branche aus? Also ist das, das ist ja alles so Einzelkämpfer-Thema, habe ich so. Jeder ist so für sich selber, klar, Unternehmer sind natürlich an dem Punkt, dass sie sagen müssen, okay, ich habe das Risiko auf mich genommen, und ich muss selber schauen, also ich habe das Gefühl, ich kann das besser als andere, aber natürlich auch das Risiko in Kauf nehmen, dass ich auch alleine scheitere. Wie ist es in dieser Branche? Ist das ein Haifischbecken oder sagst du, wow, super, wir sind alle irgendwie gute Freunde? Was ist deine Erfahrung? Also meine Erfahrung im Moment ist eher negativ. Leider, 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 denn ich habe ja jetzt mit der Caroline Rosenau zusammen diese Initiative Solidarität mit den Medien schaffen, den haben wir ja gegründet und ich würde sagen, also ich bin sehr frustriert, weil ich merke, dass die Kollegen sehr wenig Interesse haben oder selbst wenn sie das Interesse haben, dass sie nicht bereit sind, dafür zu kämpfen. Umreißt mal kurz diese Initiative. Was macht ihr, was ist euer Ziel, wie ist das, kann man sich da engagieren? Ja, man kann sich engagieren, es gibt ja auch eine Webseite, man kann auch zu den Treffen kommen. Wir haben regelmäßige Stammtische gemacht, die machen wir momentan nicht mehr, weil immer nur eine Person zu dem Stammtisch gekommen ist. Am Anfang war das Interesse groß, weil immer alle denken, oh, jetzt kommt irgendwie was Neues und das ist dann heilsversprechend und ich weiß nicht was. Aber keiner denkt dann daran, dass man eben dann auch mitarbeiten muss, dass man diese Solidarität auch nach außen tragen muss. Nach außen tragen bedeutet natürlich, wenn ich einen Auftrag bekomme und die Gage ist viel zu niedrig, dass ich dann sage, sorry, ich möchte das zu diesen Bedingungen nicht machen. Oder dann einfach versuchen, zu kämpfen, würde ich mal sagen, zu verhandeln. Und das findet einfach viel zu wenig statt. Das findet sozusagen fast gar nicht statt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, also zu mir kommen ja viele Kollegen aus allen möglichen selbstständigen Berufen, Alterspflege, also Altenpflege, unter anderem auch Fotografie, Grafik, Webdesign. Und natürlich haben die immer das gleiche Problem, dass sie mit ihrem Marktpreis zu kämpfen haben, dass sie sagen, naja, das Argument ist immer, es gibt immer einen, der macht es ja billiger, ich muss das ja alles annehmen. Und dann hoffen sie natürlich irgendwie immer, dass jemand kommt und ihnen das Problem löst. So ein bisschen wie bei einem Arzt, da kommt jemand und sagt, ich habe da Beschwerden und dann hätte ich gerne eine Pille. Das funktioniert natürlich in dem Bereich in der Form gar nicht. Das heißt, das ist auch das, wo du gerade von gesprochen hast. Die Leute erwarten, dass ihr praktisch denen ihre Finanzprobleme löst. Das könnt ihr natürlich nicht machen. Was wäre jetzt dein Appell zu sagen, also wir blenden die E-Mail-Adresse und die Webseite hier noch ein und können natürlich jedem nur empfehlen, sich dort mal zu informieren. Ihr tragt wahnsinnig viele Studien zusammen, ihr informiert die Leute, ihr macht, wie gesagt, diese Treffen. Wir können nur sagen, geht dorthin. Und was wäre dein Appell jetzt an jemanden, der sagt, oh, das interessiert mich? Was wäre dein Wunsch? Wo soll das Ganze hingehen? Das Ganze soll zu besseren Arbeitsbedingungen hingehen. Und man sollte dann auch dafür eintreten. Man sollte das auch dann klar benennen. Ich meine, ich weiß schon, das ist schwer, wenn ich natürlich auf einen Auftrag wirklich angewiesen bin. Und dann kann ich sagen, okay, der Nächste macht es tatsächlich für die Gage, für die ich es nicht machen möchte. Es ist schwierig, da zu raten. Aber ich kann ein Beispiel noch anführen, wo es sehr leicht gewesen wäre. Eine Mehrkamera-Veranstaltung, ein Event dieses Jahr in Stuttgart mit Kollegen, mit denen ich jedes Jahr genau bei dieser Veranstaltung dann Kamera mache. Immer zu diesem Preis von 300 Euro Tagesgage für 10 Arbeitsstunden. Das war ja unter uns völlig unter dem unternehmerischen Wert, den alle rechnerisch ist. Das ist weit weg von dem, was überhaupt machbar ist. Es gibt ja dieses Sozialgewichtsurteil vom 2017. Da waren ja schon allein der Stundensatz, glaube ich, 42 Euro. Und darunter war es fraglich. Ja, genau. Und vor einem Jahr, als wir das auch gemacht hatten, da hatten wir schon diese Initiative gegründet. Da habe ich schon davon erzählt, weil alle immer unzufrieden waren mit diesen 300 Euro, die man da seit 10 Jahren oder so immer diese 300 Euro verdient. Und dieses Jahr, als wieder die Anfrage an mich kam, stand wieder gleiche Bedingungen, bla bla bla, wieder 300 Euro. Und dann habe ich zurückgeschrieben mit Kopie an die Kollegen, an die beteiligten Kollegen, dass ich zu diesen Bedingungen nicht mehr arbeiten möchte. Dass ich finde, dass das viel zu wenig Gage ist. Und dann habe ich von zwei Kollegen Rückmeldung gekriegt. Also insgesamt sind es, glaube ich, sechs Kollegen oder so. Zwei Kollegen haben mir zurückgeschrieben, dass sie mich bewundern wegen meines Mutes. Aber sie selber könnten das nicht machen, denn sie sind darauf angewiesen, auf diesen Job von der Firma selbst, habe ich überhaupt keine Rückmeldung gekriegt. Ich habe dann nochmal an die Firma, habe ich nochmal einen Auszug aus den Honorarvereinbarungen für freie Kameraleute von der Gewerkschaft Verdi, habe ich was rauskopiert, habe das geschickt. Und da war unter anderem also Mindestgage, also für eine Tätigkeit, die nicht viel Talent oder Erfahrung erfordert, 450 Euro Tagesgage, also mindestens, kann natürlich... Gut, aber da muss man jetzt mal ganz offen sagen, wenn Leute zu 300 Euro zusagen und sagen, ja, ich mache das, dann sind sie ja erstmal selber schuld. Weil wir wissen ja alle, wenn man das mal durchrechnet, ich habe unter anderem da auch an der Filmhochschule München einen Vortrag gehalten, da ging es eben um den Tagessatz 350 Euro im Vergleich zu einem Hartz IV, also Empfänger in Berlin. Und das sollte sich auf jeden Fall jeder mal anschauen, also kann ich nur empfehlen, wir blenden die Adresse und zu meiner Mediathek unten noch ein. Denn wir müssen das ja gar nicht diskutieren, selbst 400 Euro, wenn jemand sagt, ich brauche diesen Job, weil ich habe sonst keinen, müssen wir offen sein, auch mit diesen 300 Euro kann er nicht leben und wird seine Situation nicht retten, weil das einfach defizitär ist. Wenn man jetzt aus selbstständiger Sicht rechnet und nicht auch in einem Angestelltenverhältnis, sind die da nicht einfach alle selber schuld und sollten in ihr Verderben laufen? Mal ganz provokativ. Ja, also was ich sehr traurig fand an der Geschichte war, dass man hätte sehr gut kämpfen können. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Firma beziehungsweise die Agentur sechs oder acht Kameraleute bekommt für diese zwei Tage an dem Wochenende, es war ja irgendwie ein Wochenende, die war wirklich ziemlich gering. Also Kameraleute hier aus, das war ja in Stuttgart, irgendwie aus der Gegend. Also man hätte kämpfen können, wenn alle zusammengestanden hätten und gesagt hätten, nee, also 300 Euro, jetzt reicht's, wir wollen mindestens 350 Euro, was ja ein kleiner Sprung gewesen wäre, aber immerhin wäre ja schon mal ein Ansatz gewesen. Es wäre so leicht möglich gewesen. Aber es fehlt an der Solidarität. Es fehlt an der Solidarität. Und meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, auch an dem Verständnis, dass diese Zahlen, die da genannt werden, dass die oft nicht betriebswirtschaftlich verstanden werden. Was bedeuten 300 Euro in einem Jahresvolumen und in der Auslastung? Das ist den Leuten nicht klar. Und selbst wenn du sagst, ja, wir wollen 350 Euro, dann verstehen die Leute ja die Forderung gar nicht. Also die Kollegen verstehen nicht, warum 350 und warum nicht 320 ist doch auch okay. Aber dass das alles dermaßen weit weg ist, wenn wir jetzt diesen kalkulatorischen Richtwert von 85 Euro Stundenlohn in Deutschland nehmen für Selbstständige mit einer Vollabsicherung, dann sind wir da ja, sag ich mal, um 60 Prozent drunter unter dem, was wir eigentlich bräuchten. Und das heißt, ist es nicht absurd, dass zum Beispiel in allen anderen Branchen, zum Beispiel, dann nehmen wir mal die IT-Branche, in anderen Branchen anerkannt 70, 60, 70, 80, 90 Euro Stundenlohn akzeptiert werden im Handwerk. Und dass wir aber zwei Branchen, wie zum Beispiel die Pflegebranche oder auch die komplette Film- und Fernsehbranche haben, die eigentlich mit völlig defizitär arbeitet. Das ist doch absurd. Und trotzdem glauben alle, dass es viel ist. Ja. Ja, das ist sehr absurd. Ich meine, gut, man kann natürlich sagen, okay, 300 Euro oder 350 Euro am Tag, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, 28 Tage im Monat arbeiten würde. Was ja keiner möchte. Was ja keiner möchte und was auch bei niemandem vorkommt. Das ist ja unrealistisch. Von daher müsste man schon solidarisch für eine höhere Gage eintreten, würde ich schon sagen. Das heißt, wir müssten eigentlich den Leuten erst mal erklären, sie müssten erst mal verstehen, wofür sie eintreten müssen, dass sie die ganzen Zahlen, wie du schon gesagt hast, das, was du auch in den letzten Jahren auch erst zum Schluss festgestellt hast, du hättest dich mehr mit den Zahlen beschäftigt, also einfach das Know-how dafür gebraucht. Und dann kannst du natürlich den Leuten auch erklären, warum wir jetzt für eine Situation solidarisch sein müssen. Ja, genau. Das heißt, dein Appell jetzt, wenn jemand zuschaut, hier Initiative für Solidarität unter den Medienschaffenden. Für mehr Solidarität unter den Medienschaffenden. Okay, für mehr Solidarität. Jetzt muss ich nochmal machen. Also, wenn jetzt jemand zuschaut, die Initiative für mehr Solidarität unter den Medienschaffenden. Auf jeden Fall, die Webseite blenden wir unten ein. Dein Appell an unsere Zuschauer. Kümmert euch um die Zahlen. Und dann? Und kämpft. Seid solidarisch. In diesem Sinne ist ein gutes Schlusswort. Ich freue mich sehr, Ulla, dass du da warst, dass wir Zeit hatten, darüber zu sprechen. Vielen Dank hier auch an Schmitz Katze, dass wir hier unsere schöne Location haben dürfen. Und schalte wieder ein, wenn es wieder eine nächste Folge gibt aus der Reihe Bargespräche im Gespräch mit. Und vergiss nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren, damit du sofort erfährst, wenn es wieder was Neues von mir gibt. Und wenn du auch eine Meinung dazu hast, Solidarität in der Medienbranche, ja oder nein, sei es auch im Grafikbereich oder in anderen Branchen, dann hinterlasse einen Kommentar und wir werden uns diesen ganzen Fragen annehmen. In diesem Sinne, Ulla, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.